Sag mal, du spielst auch Yu-Gi-Oh, oder? Ja, ja, schon länger. Gibt es auch weibliche Spiele? Oder irgendwie nur männliche? Ähm, klar, warum nicht? Achso, okay. Gewinnen die auch Turniere? Äh, nicht, dass ich wüsste? Hm, irgendwie wahr. Ja, man kennt einfach keine weiblichen erfolgreichen Spieler. Aber warum? Warum ist das so? Und genau darum geht es heute. Warum kennt man überhaupt keine weiblichen Spieler? Beziehungsweise, warum gibt es überhaupt keine erfolgreichen weiblichen Spieler? Um diese Frage zu beantworten, würde ich sagen, fangen wir ganz einfach an und packen alle Vorurteile weg. Denn es gibt genug in dieser Welt und die brauchen wir echt hier nicht. Fangen wir mit der Mathematik an. Für unser Rechenbeispiel nehmen wir erstmal irgendein großes Turnier, vielleicht irgendeine YCS, und sagen, es gibt 1000 männliche Spieler und 50 weibliche Spieler. Was zusammen 1050 Spieler gibt. Diese Variablen müssen jetzt nur noch mit Zahlen gefüllt werden. Wir nehmen für die Anfänger einfach 8,33%. Und die schlechten Spieler und die Fundex-Spieler packen wir zusammen, um die Rechnung zu vereinfachen. Und für die nehmen wir jetzt einfach 25%. Wir haben zunächst auf der linken Seite die weiblichen Spieler und auf der rechten Seite die männlichen Spieler. Wir haben eine Anzahl von 50 weiblichen und 1000 männlichen Spieler. Wir fangen dann an, erstmal die Fundex und die schlechten Spieler mit rauszurechnen. Hierbei nehmen wir die Zahl 25, beide zusammen addiert. Bei den weiblichen sind 25% 13, also 13 Spielerinnen fallen raus. Bei den männlichen haben wir 25% ebenfalls und das sind 250 Spieler. Diese Spieler haben nicht mehr die Möglichkeit auf die Top 32, weil sie immer zu schlecht sind oder halt nicht das passende Deck spielen. Dann haben wir auf der linken Seite die 8,33% und auf der rechten Seite ebenfalls. Das sind bei den weiblichen Spielern 4 und auf der männlichen Seite 83. Wenn man diese jetzt addiert, also auf der weiblichen Seite 13 plus 4 sind das 17 und wenn wir auf der männlichen Seite die Zahlen addieren, sind das 250 plus 83, was zusammen 333 ergibt. Addiert man jetzt diese beiden Spielersummen, ergibt das zusammen 350. Das sind die Spieler, die nicht die Möglichkeit haben auf die Tops, weil sie nicht die nötigen Voraussetzungen haben, weil sie entweder zu wenig Spielerfahrung oder nicht das passende Deck haben. Rechnet man jetzt auf beiden Seiten diese Spieler raus, erhalten wir noch 33 weibliche Spieler und 667 männliche Spieler, die überhaupt die Möglichkeit haben zu toppen. Die Gesamtzahl beträgt also 700. Dies schreibt man nun als Bruch auf in Form von 667, 700stel. Dies multipliziert man dann mit der nächsten Möglichkeit, dass ein männlicher Spieler top. Da bereits ein Spieler weg ist, wird der Bruch genauso aufgeschrieben, jedoch minus 1 im Zähler und Nenner. Daraus kommt dann der Bruch 666, 699stel. Dies führt man jetzt weiter, indem man immer einmal minus 1 rechnet zu dem vorherigen Bruch. Dies tut man dann 31 mal. Der 32. Platz und letzter Platz, der für die Tops zur Verfügung steht, wird dann von einer weiblichen Person belegt. Diese Wahrscheinlichkeit ist dann nun 33 668stel. Warum aber 668? Ganz einfach, weil zu Beginn es 700 Spieler gab und davon jetzt 31 männliche Spieler bereits in den Tops sind. Das heißt, es gibt nur noch 668 Spieler, die die Möglichkeit haben auf die Tops. Und 33 weibliche Spieler verbleiben mir noch, da bisher noch gar keine Spielerinnen in den Tops waren. Wenn man dies alles jetzt multipliziert und sich das Ergebnis anschaut, sieht man, dass da eine Dezimalzahl rauskommt. Diese beträgt gerundet 0,0101. Wenn man dies hier doch rundet und in Prozent umrechnet, dann kommt da 1% raus. Also ist die Endlösung, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%. Also, kein Wunder, dass weibliche Spieler überhaupt nicht toppen. Ich meine 1%, das ist einfach gar nichts. Aber wer weiß schon, vielleicht treffen diese 1% in Zukunft ja viel öfter ein, als wir denken.